Jeanne-Marie Puig, ich bin 27, komme aus Aachen und studiere im Master Theologie und globale Entwicklung. Ich bin Voluntärin bei Missio Aachen im Bereich Social Media und Online-Kommunikation in der Abteilung Inland. Missio ist ein katholisches Hilfswerk und wir unterstützen Menschen und Kirchen in Afrika, Asien, Ozeanien und im Nahen Osten. Zurzeit unterstützen wir unter anderem mit der Aktion Schutzengel, Opfer von sexueller Gewalt im WM-Land Katar. Zurzeit ist es so, dass in Katar Frauen, die opfersexueller Gewalt werden, selber oft angeklagt werden wegen vorehelichem Geschlechtsverkehr. Und deswegen haben wir die Petition gestartet, Schützt Frauen in Katar. Und wir hoffen, dass vielleicht auch ihr unsere Petition unterstützen möchtet und sie unterschreibt.